Eines der wichtigsten Dinge, um gut durchs Medizinstudium zu kommen, ist tatsächlich, da werde ich auch nicht müde, das zu erwähnen, die Disziplin. Was mache ich jetzt aber, wenn ich weiß, ich bin nicht der disziplinierteste Mensch, möchte trotzdem Medizin studieren? Gibt es da ein paar Kniffe, Tipps und Tricks, wie ich mir vielleicht Disziplin antrainieren kann? Die gibt es, die musste ich selbst lange suchen und damit du nicht so lange suchen musst, erzähl es dir einfach jetzt. Ich habe das schon öfter erwähnt, ich war nicht der beste Schüler, war nicht sehr diszipliniert, habe mich gerne ablenken lassen, hatte dann aber den Wunsch, Medizin zu studieren und stand kurz vorm Abi und musste jetzt irgendwie einen Weg finden, Disziplin mir anzutrainieren. Ich musste jetzt also schauen, dass ich besser in der Schule wurde, dass ich ein relativ gutes Abi mache und vor allen Dingen dann, im Hinblick auf das Medizinstudium, musste ich gucken, dass ich viel disziplinierter wurde. Es gibt Menschen, die haben von Natur aus eine super Disziplin, ich erinnere mich da an so ein paar Mitschülerinnen, es sind ja meistens Mädels, wo das Heft wirklich geleckt aussah, alles mit Feinliner, wunderbar, ganz toll. Die haben gebüffelt und gelernt und hatten eine Wahnsinnsdisziplin, haben sich da mittags hingesetzt an den Schreibtisch und haben einfach zwei, drei Stunden am Stück gelernt. Und ich habe mich immer gefragt, wie geht das, wie kann man sowas machen, wie kann man nicht irgendwie raus wollen in die Sonne, Sport machen wollen, sich mit Freunden treffen, sondern wie hat man diesen Willen, sich da hinzusetzen und auf alles andere, alles andere auszublenden und nur zu lernen. Das musste ich auch erstmal lernen und jetzt kommt Trick und Tipp Nummer 1. Eins, was ich mir relativ früh angewöhnt habe und das möchte ich dir auch raten, ist, mach dir feste Termine, mach dir Termine zum Lernen. Jedes Handy hat heutzutage eine Terminkalenderfunktion oder du hast noch so einen handschriftlichen Kalender, wo du deine Termine einträgst, aber diese Termine, die du fürs Lernen dann einträgst und seien es nur 90 Minuten oder zwei Stunden, sind fix. Und dieser Termin ist wirklich heilig und das würde ich von Anfang an durchziehen. Egal, ob da die Freundin oder der Freund anruft, möchte einen Kaffee trinken gehen, möchte shoppen gehen oder das Fitnessstudio ruft an, du warst lange nicht mehr da, aber dieser Termin ist fix und das sind vielleicht wirklich nur anderthalb oder zwei Stunden an dem Morgen oder Nachmittag, wo du am liebsten lernst, wo du nicht kannst, wo du einfach out of order bist und nur lernst. Wenn also Person XY oder XX anruft und sagt, hey Donnerstag um 10 Uhr, lass doch mal Brunchen gehen und du guckst in deinen Kalender und sagst, 9 bis 11, da steht Lernen, dann drück nicht auf Löschen, dann sagst du, da habe ich leider einen Termin, ich könnte erst ab 11. Denn wenn du diese Termine einhältst, hast du einen super Lernrhythmus. Dann hast du einen Rhythmus zu lernen, dein Körper weiß, jetzt ist Lernen angesagt und du machst das nicht so spontan zwischendurch, jetzt habe ich mal eine Stunde, jetzt lerne ich mal und dann doch nicht und hier wieder. Also du brauchst auf jeden Fall, um gut zu lernen, auch einen besonderen Rhythmus. Stell dir auch realistische Termine ein, sag nicht, okay, ich lerne von 19 Uhr bis 5 Uhr nachts, sondern mach wirklich realistische Blöcke. Es gibt Personen, die lernen so lang, aber ganz realistisch, dass man so lange konzentriert lernen kann, ist es natürlich nicht. Mach dir also, je nachdem wie du lernst und wie lange du lernst, realistische Blöcke, gibt dir auch Freizeit, das ist auch ganz wichtig. Und diese Termine sind fix, das ist wie der Termin bei der Schwiegermutter, der ist unumgänglich und du darfst ihn nicht löschen. Tipp Nummer 2 und das musste ich wirklich lernen, lass dich nicht ablenken und verhindere abgelenkt zu werden. Das Handy liegt neben dem Laptop, der Laptop hat natürlich Internetzugang, das Telefon steht vielleicht noch da und hinter dir ist noch der Mitbewohner in der Küche. All das sind Komponenten, die so bei mir am Anfang waren und wo ich mich extrem habe ablenken lassen. Du guckst dann doch mal bei Instagram oder bei Facebook auf dem Handy oder guckst mal, die neue H&M Herbstkollektion ist da oder weiß der Geier. Irgendwas lenkt dich auf jeden Fall ab. Dir schreibt irgendjemand, das Ding ploppt auf, es macht Geräusche. Genau dasselbe Spiel war bei mir mit dem Laptop. Laptop da, klar brauche ich Internet, um irgendwas zu recherchieren, bei Wikipedia was zu gucken, bei Google was zu schauen, aber ich habe mir dann die Seiten Facebook, Instagram und YouTube gesperrt. Viele Browser oder fast alle haben die Funktion, dass du bestimmte Webseiten sperren kannst, vorübergehend. Du kannst das dann auch wieder freischalten. Aber du hast so schnell immer deine Lieblingsseite eingegeben und drückst schnell auf Enter und buff, dann bist du für 10 Minuten oder noch weniger abgelenkt, bist du raus aus deinem Lernrhythmus und hast wieder von deinem Termin ein paar Minuten verschenkt und das ärgert dich. Das ärgert dich danach, das ärgert dich dann hinterher, wenn die Klausur nicht so war. Du musst wirklich dafür sorgen, dass du nicht abgelenkt werden kannst. Ich habe bei meinem Handy einen Nachtmodus, da kann ich einstellen, dass ich nachts nicht gestört werden will. Da gibt es ein paar Ausnahmenummern, wie meine Eltern zum Beispiel, wenn irgendwas passiert ist, dass die mich trotzdem telefonisch erreichen können. Da würde ich aber wirklich nur zwei, drei ganz wichtige Kontakte reinmachen. Nachtmodus rein, für anderthalb Stunden oder machst du es manuell rein und raus. Handy am besten, ganz, ganz weit weg, irgendwo aufs Bett. Lautstärke kann anbleiben, durch kann ja eh keiner erreichen. Beim Laptop, wie gesagt, habe ich mir die Webseiten gesperrt, die ich oft besuche und wo ich mich gerne ablenken lasse. Internet braucht man, das Internet komplett auszuschalten, macht für mich keinen Sinn, denn ich habe dann doch schon mal im Internet irgendwas recherchiert. Das war der andere Punkt. Und mein Mitbewohner in der Küche, Tür zu, ihm gesagt, du, ich lerne jetzt zwei Stunden, möchte nicht gestört werden, fertig, aus. Also, dass man wirklich jegliche Ablenkung um einen rum ausschaltet. Manche lernen sogar mit Ohrstöpseln in den Ohren in der Bibliothek, haben am besten nur so eine Cappy runtergezogen oder Kapuze auf. Ist völlig in Ordnung. Hauptsache, man lässt sich nicht ablenken. Das ist vergeudete Zeit. Man kommt völlig aus seinem Lernrhythmus raus und das ist ganz, ganz ärgerlich, weil man braucht diese Konzentration, um irgendwas zu behalten. Und Tipp Nummer drei, habe ich selbst erst spät bemerkt, dass es mir ganz gut tut. Zelebriere es einfach. Zelebriere es zu lernen. Schaff dir eine Umgebung, wo du dich wohlfühlst. Und wenn es im Jogginganzug ist, dann ist das im Jogginganzug. Bei mir war das immer so, ich bin morgens aufgestanden, habe mir einen riesen Pott Kaffee gemacht, habe den da hingestellt, ein bisschen Karamellsoße obendrauf. Ich habe das wirklich zelebriert. Laptop an, hingestellt. Mein Schreibtisch musste relativ sauber sein. Ich kann nicht in so einem Chaos lernen. Ich musste mich einfach wohlfühlen. Ich musste was Bequemes anhaben und dann konnte ich sehr, sehr gut lernen. Ob du jetzt besser zu Hause, alleine im Jogginganzug lernst oder in der Bibliothek mit vielen Leuten, aber du musst dich wohlfühlen. Das muss für dich die absolute Gewohnheit sein. Man nennt das auch Rituale, dass du einfach deine Rituale hast. Du machst da eine Tasse Tee oder Kaffee oder deine paar Kekse dahin. Zack, legst dein Buch vor dich und dann kannst du loslegen zu lernen. Wirst nicht abgelenkt, fühlst dich wohl. Da kann man viel besser lernen, als wenn man sich da irgendwie beobachtet fühlt. In der U-Bahn habe ich Leute lernen sehen. Das könnte ich niemals, weil man guckt ja jedes Mal, wer rein und raus kommt. Irgendwer schreit rum. Also das könnte ich nicht. Da muss man sich schon irgendwo eine Umgebung schaffen, wo man sich wohlfühlen kann. Und Tipp Nummer 4 beim Disziplin lernen ist, veräpple dich nicht selbst. Du weißt ganz genau, was du nicht gut kannst und das lernt man automatisch weniger, weil das macht natürlich nicht so viel Spaß wie das, was man schon sehr, sehr gut kann. Also lerne ich das einfach ein bisschen weniger. Pustekuchen. Du musst aufschreiben, was du wirklich nicht so gut kannst. Du merkst das selber beim Lernen. Okay, das kann ich nicht so gut. Das schreibst du dir auf, weil dein Körper ist einfach so veranlagt, dass du das später vergisst und dann ist es vergessen und dann kommt es in der Cloud-Wood dran und denkst, hätte ich es doch bloß mal gelernt. Schreib es dir wirklich auf. Ich würde erst mal so einen gewissen Lernprozess abwarten, bis du vielleicht 1, 2 Wochen gelernt hast und dann merkst du, die Sachen bleiben besser hängen und die nicht so. Wenn du gleich am Anfang alles aufschreibst, was du nicht kannst, hast du später ein Buch voller Sachen, die du einfach noch nicht gut kannst und das macht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, du musst erst mal so ein Basiswissen dir aneignen und dann gucken, da hängt es noch, da hängt es noch. Das aufschreiben, am besten noch markern, was wirklich besonders eine Prioritätenliste machen, wo es wirklich besonders noch hängt und das dann kurz vor der Klausur, vielleicht so ein paar Tage vor der Klausur, dir nochmal richtig reinhämmern. Bei mir waren da immer so 4, 5 Punkte und die, da hatte ich überhaupt keine Lust mehr drauf, der Rest hat aber ganz gut gepasst, musste ich mir da wirklich nochmal reinprügeln, habe mir dann vielleicht auch mal einen Kumpel geholt, der mich das abgefragt hat. Also da musst du dir einfach merken, du lernst lieber das, was du gut kannst und weniger das, was du nicht gut kannst und das musst du wissen und deswegen vereiple dich nicht selbst, schreib es dir auf und ignoriere diesen Zettel kurz vor der Klausur nicht, sondern geh das nochmal genau durch. Das waren jetzt so meine 3, 4 Tipps, wie ich gelernt habe, Disziplin zu lernen. Wie gesagt, ich war nicht super diszipliniert, gerade mit diesem Terminkalender am Anfang habe ich es mir super leicht gemacht, also da hatte ich meine Termine fix, da konnte ich nicht drumherum, dann habe ich mich nicht ablenken lassen, ich habe das mega zelebriert, ich habe mir ganz toll Kaffee gemacht, gucke ich da hingestellt, habe mich wohl gefühlt, konnte deswegen gut lernen und hatte zum Schluss noch meine Liste, wo ich weiß, das kann ich noch nicht so gut, das muss ich jetzt nochmal als i-Tüpfelchen quasi draufhauen, damit ich eine Klausur gut bestehe und mit den Tipps bin ich super gut gefahren. Es gibt mit Sicherheit noch ganz viele andere Tipps, wie man Disziplin ganz gut lernen kann, das war jetzt für mich auf mich zugeschnitten, vielleicht hilft es dir ja auch. Wenn dem so ist, lass mir doch einfach einen Daumen nach oben da, schreib auf jeden Fall noch ein paar Fragen oder Tipps und Tricks, die du wissen willst, in die Kommentare-Box und ansonsten sehen wir uns einfach im nächsten Video wieder. Viel Spaß beim Lernen und bis bald. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.